Hallo zusammen und schön, dass ihr zu einem Video von mir eingeschaltet habt. Ich bin ganz frisch im Little Bang Hotel eingecheckt, einem meiner Lieblingshotels, hier in der Ecke Kaosan. Ich verbringe hier meinen letzten Tag in Bangkok und hatte wirklich eine super schöne Reise und dachte mir, dass ich all meine Eindrücke, die ich hier in Bangkok gesammelt habe, für euch auch nochmal in diesem Video zusammenfasse, damit ihr natürlich für eure Reise nach Bangkok und nach Thailand auch gut vorbereitet seid. Ich würde direkt, bevor es ins Video reingeht, euch auch nochmal ein paar Tipps geben, wie ich das hier alles gehandhabt habe. Ganz wichtig, wenn wir am Flughafen in Bangkok ankommen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, wenn man Bargeld mitgenommen hat, dort maximal das umzutauschen, was man braucht, um in die Stadt zu kommen, weil einfach die Wechselkurse am Flughafen extrem schlecht sind. Nur mal zum Vergleich für euch. Ich habe am Flughafen mit meinem Bargeld für 1,34 Euro bekommen und in der Innenstadt habe ich für 1,38 Euro bekommen. Also wenn ihr am Bankautomaten Geld abheben wollt, dann würde ich das auch in der Stadt empfehlen, wobei in der Regel hier bei allen Bankautomaten, bei denen ich hier abgehoben habe, eigentlich immer eine Gebühr von 220 Watt fällig wird, aber die Wechselkurse sind dennoch unterschiedlich, also guckt auf jeden Fall, dass ihr die Preise vergleicht. Und ja, was nehmt ihr an Geld mit? Ich finde es praktischer, einfach ein bisschen mehr Bargeld dabei zu haben und das dann hier beliebig und flexibel umtauschen zu können. Ihr könnt aber tatsächlich auch mit eurer Kreditkarte hier abheben. Wie ich schon gesagt habe, so 220 Watt Abhebegebühr verlangen die Bankbetreiber hier und dann müsst ihr natürlich auch nochmal gucken, was eure Bank dann nochmal an Gebühren verlangt. Da kommt ja in der Regel immer ein bisschen was dazu, es sei denn, ihr habt jetzt eine Reisekreditkarte, mit der ihr gar keine Gebühren bezahlt. Und am Flughafen macht es auf jeden Fall Sinn, sich vorab zu informieren, wie man zu seinem Hotel kommt, weil meistens ist man nach so einer langen Reise dann auch noch müde, man möchte irgendwie sich ausruhen und dann ist es natürlich am Bangkoker Flughafen sehr, sehr trubelig. Da sind super viele Taxis, es ist ein großer Flughafen und natürlich auch ganz, ganz viele Menschen und dann haben die wenigsten, glaube ich, wirklich Lust, oder ich zumindestens, dann noch am Flughafen zu stehen und dann halt die Preise zu verhandeln und zu falschen. Deswegen buche ich mir am liebsten immer einen Booking-Transfer. Die sind super unkompliziert. Man kann sie bis 24 Stunden vorher eben auch noch stornieren und in der Regel sind die Preise, sagen wir vielleicht hier in Thailand, 2-3 Euro teurer, aber dafür hat man einfach seinen Transfer gesichert und ja, der Fahrer wartet auch, wenn er Flugverspätungen hat. Damit habe ich super Erfahrungen gemacht und steht dann eben am Flughafen mit einem Schild und begrüßt einen, ja, und man steigt ein und wird sicher zu seinem Hotel gebracht. Solltet ihr, ja, kein Taxi nehmen wollen und auch keinen Booking-Transfer nehmen wollen, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, euch die Apps Grab und Bolt runterzuladen. Die funktionieren hier in Thailand wunderbar. Über Grab kann man zum Beispiel Taxis bestellen, man kann sich aber auch Essen bestellen und die Erfahrung zeigt einfach, dass man über Bolt und Grab einfach deutlich günstiger wegkommt, wie wenn wir jetzt ein Taxi nehmen. Viele Taxis wollen nicht mit dem Taxometer fahren und bieten direkt Festpreise an, was ich persönlich immer versuche zu vermeiden, weil die Erfahrung zeigt einfach, dass der Fixpreis meistens so in der Regel doppelt so hoch ist, als jetzt der tatsächliche Preis. Ja, und da kommen wir auch schon zu meinem nächsten Tipp. Ja, unbedingt, wenn ihr mit dem Taxi fahrt, sagt dem Fahrer oder fragt dem Fahrer vorher, ob er mit dem Taxometer fährt, weil da habt ihr in der Regel deutlich bessere Preise und Taxifahren ist hier in Thailand so wahnsinnig günstig und da sollte man auf jeden Fall drauf bestehen. Ja, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, sich durch die Stadt zu bewegen. Das Hauptverkehrsmittel ist natürlich ein Taxi, aber es gibt natürlich auch Tuk-Tuks und Roller und im Vergleich muss ich sagen, dass das Tuk-Tuk am teuersten ist. Es ist zwar ein absolutes Highlight und macht so viel Spaß damit zu fahren und das sollte man auf jeden Fall auf einer Bangkok-Reise oder auf einer Thailand-Reise mal gemacht haben, aber ein Taxi ist günstiger und ein Roller ist nochmal günstiger. Also der Roller ist eigentlich so das günstigste Fortbewegungsmittel, was es hier gibt und ich habe es auch schon ein, zwei Mal gemacht, aber fragt den Fahrer natürlich auch immer, ob er einen Helm mit dabei hat, weil so ganz ohne Helm, finde ich, sollte man hier bei den Verhältnissen hier nicht fahren. Ich habe nämlich auch hier in Thailand erfahren, dass ganz, ganz viele Menschen ohne Führerschein fahren. Das sage ich gar nicht, um euch Angst zu machen, sondern weil ich selber total perplex war und die Strafen erfahren ohne Führerschein betragen 200 Butt, was mal nicht so umgerechnet vielleicht grob 5 Euro sind. Das heißt, hier sind auch viele Menschen ohne Führerschein unterwegs und deswegen achtet vor allem, wenn ihr jetzt mit dem Roller auch fahrt, dass ihr auf jeden Fall einen Helm mit dabei habt. Vom Hotel her bin ich persönlich immer sehr, sehr gerne in der Nähe der Khao Sun Road. Das hat einfach den Vorteil, dass hier wahnsinnig viele Sehenswürdigkeiten direkt um die Ecke sind und dass man einfach viele Möglichkeiten hat, essen und trinken zu gehen. Und die Khao Sun Road und die Ecke auch um die Khao Sun Road ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight und auch ein Erlebnis. Das werde ich euch natürlich auch später nochmal zeigen. Aber für mich macht es einfach am ehesten Sinn. Und da kann ich euch zwei Hotels empfehlen in verschiedenen Preiskategorien. Ich bin gerne im Lilit Bang Hotel, weil es einfach niegelnagelneu ist, ein super Preis-Leistungsverhältnis hat, schöne Zimmer, gemütliche Betten und es ist auch noch ein kleiner Pool mit dabei. Wenn man sich jetzt auf seiner Tour nochmal so ein bisschen entspannen möchte, ist es natürlich sehr, sehr praktisch. Und man ist in fünf bis sechs Minuten zu Fuß eben an der Khao Sun Road. Und ich habe auch noch in einem anderen Hotel übernachtet, und zwar im Khao Sun Art Hotel. Das ist für die Sparfüchse unter euch ein absolutes Highlight. Wir haben für zwei Personen, zwei Übernachtungen 40 Euro bezahlt und das ist wirklich absolut unschlagbar, weil es natürlich auch von der Lage her wirklich richtig gut ist. Wenn man nicht viel Geld ausgeben möchte und sagt, es reicht einem wirklich ein Bett, ein Badezimmer und das war's und natürlich auch eine gute Lage, dann ist man damit gut bedient, weil man einfach von dort aus sehr, sehr schnell überall auch ist. Die Streetfood-Kultur ist hier in Thailand und auch in Bangkok wirklich absolut legendär. Wenn ihr hier seid, guckt wirklich, dass ihr ein paar der Street-Märkte, Food-Märkte besucht. Es gibt so viele verschiedene Dinge zu probieren. Und ich habe mich hier komplett durch die Kulinarik durchprobiert. Und ja, traut euch. Ich war am Anfang auch immer so ein bisschen, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie lange steht das da schon. Man muss trotzdem aufpassen, also man sollte jetzt nicht alles essen, aber die thailändische Küche ist so vielseitig, die ist so toll, so lecker und es gibt so viel zu kosten. Probiert es auf alle Fälle aus. Ich würde sagen, ich habe euch jetzt schon einige Infos vorab gegeben und werde euch auch noch in diesem Video über ein Voice-Over begleiten, um euch natürlich auch alle Tipps, alle Infos mitzugeben von allem, was ich habe und das einfach mit euch zu teilen. Und würde sagen, ich starte jetzt direkt mal ins Video und würde mich total freuen, wenn ihr dranbleibt. Als erstes bekommt ihr eine kleine Führung durchs Hotel von mir. Es gab dort ein super süßes kleines Café auch, wo man zwischendurch einen Kaffee trinken kann und der Pool zu erfrischen und die Zimmer sowie auch der Fluss direkt vor der Tür waren wirklich super, super schön und praktisch. Hier seht ihr übrigens ein super süßes Café. Das ist direkt hier unten am Fluss und es ist direkt neben dem Lille-Beng-Hotel und auch nur 5, 6 Minuten von hier aus der Kau-Sand Road. Und das Schöne ist, seht ihr hier den Fluss? Es ist so schön, hier an diesem Fluss zu sitzen. Es ist super idyllisch, aus Wasser zu gucken, Kaffee zu trinken und einfach ganz entspannt in den Tag zu starten. Am ersten Tag haben wir eine wunderschöne Klong-Tour über die Kanäle Bangkoks gemacht. Das Ganze hat knapp dreieinhalb Stunden gedauert und das Schöne ist, dass man auf der Bootsfahrt so einiges auch an Sehenswilligkeiten und Tempeln sehen konnte. Das Ganze hat uns 1000 Bhatt gekostet und ich muss sagen, ich habe es total genossen. Es war total idyllisch und den großen Bruder wollte ich schon lange sehen und der war auf der Tour eben auch mit dabei. Also war es wirklich sehr, sehr praktisch und sehr empfehlenswert. Unser Bootsfahrer hat zwischendurch auch so ein bisschen was über die Stadt und auch über die Kanäle und die verschiedenen Sehenswürdigkeiten erklärt. Und man kann die Tour auch mit zusätzlichen Ausstiegen buchen. Wir hatten tatsächlich nur die Orchideenfarm als Ausstieg mit dabei. Da wurde uns ein bisschen was erklärt und es war total bunt mit vielen Blumen. Und dann ging es für uns auch im Sonnenuntergang weiter zum Fischefüttern. Dort haben wir ein bisschen Brot bekommen und die Fische haben richtig ordentlich angebissen. Es hat richtig Spaß gemacht und ich muss sagen, es habe ich vorher noch nie gemacht und fand es tatsächlich sehr, sehr cool. Und wenn man in der Ecke schon ist, dann bietet es sich auf jeden Fall an, zum Ratchada Night Market zu fahren. Der war von unserer Glockenfahrt ungefähr 10 Minuten entfernt. Und ja, auf dem Ratchada Food Market beziehungsweise auf dem Nachtmarkt kamen an, super viele leckere Dinge probieren. Es wird frisch gekocht, es ist super hygienisch und sauber dort auch vor Ort. Es gibt viele schöne Sitzmöglichkeiten und unzählige leckere Stände und auch Restaurants, die wirklich unglaublich tolles Thai Food auch anbieten. Von allen Nachtmärkten, auf denen ich in Bangkok war, hat mir der Ratchada Nachtmarkt am besten gefallen. Es ist auch so süß und so schön dekoriert, also schaut da auf jeden Fall vorbei. Für uns ging es als nächstes zu Soi Cowboy, um ein bisschen das Bangkoker Nachtleben zu erkunden. Dort seht ihr ganz, ganz viele bunte, rote, blinkende Lichter. Und ich wollte dort schon länger mal hin und es hat auf meinen letzten Bangkok-Reisen nicht so geklappt. Dort gibt es einiges an Bars und man kann auch verschiedene Shows besuchen. Und dort einfach mal durchzulaufen, lohnt sich auf jeden Fall und ist definitiv ein Erlebnis. Ja, und falls ihr Lust habt auf eine Show, könnt ihr die dort sicherlich vor Ort buchen. Wir haben dort einfach nur ein Bier getrunken und sind da einfach mal durchgelaufen. Ja, die Zeit in Bangkok vergeht schnell. Am nächsten Tag haben wir uns ein paar Tempelanlagen angeguckt. In unmittelbarer Nähe von der Khao San Road gibt es schon ganz viele verschiedene Tempel, die man fußläufig erreichen kann. Der bekannteste Tempel ist tatsächlich aber der Grand Palace, der auch ungefähr fünf bis zehn Minuten von der Khao San Road entfernt liegt und dort zahlt man 500 Bad Eintritt und es ist wirklich eine riesengroße Tempelanlage. Also sollte man auf jeden Fall, ich würde sagen, vielleicht zwei, zwei, drei Stunden einplanen, um sich das Ganze anzugucken. Einer meiner Lieblingstempels ist auch der Drachentempel. Der liegt circa anderthalb Stunden von Bangkok entfernt. Wenn ihr also einen besonderen Tempel sehen wollt, dann fahrt dort auf alle Fälle hin. Ja, und als nächstes ging es dann am Abend für uns zum Mahana Khan Skywalk, der eins meiner absoluten Highlights in Bangkok ist. Man hat eine so legendäre Aussicht. Das ist wirklich absolut einzigartig. Und auch schon die Fahrt mit dem Fahrstuhl nach oben ist absolut legendär. Man bekommt so eine animierte Show während der Fahrt nach oben und man fährt innerhalb kürzester Zeit in den 73. Stock und erblickt dann diese wunderschöne Skyline. Und ich würde euch empfehlen, auf jeden Fall zum Sonnenuntergang dorthin zu gehen. Seid am besten früh da, gegen 16 Uhr. Kauft online vorab euer Ticket. Das verlinke ich euch unten auch nochmal in der Infobox, damit dann eben auf dem Skywalk nicht so wahnsinnig viel los ist, weil zum Sonnenuntergang ist dort grundsätzlich schon immer einiges los und dass man einfach noch die Möglichkeit hat, das in Ruhe und auch schön zu erkunden und natürlich auch zu genießen. Was ich euch auf jeden Fall auch noch ans Herz legen würde, ist ein Besuch in Chinatown. Das Chinatown in Bangkok ist tatsächlich das größte Chinatown auf der Welt und es ist am Anfang eine absolute Reizüberflutung, weil es einfach so wahnsinnig vieles dort gibt von Foodständen, von verschiedenen Musikern und Künstlern auf den Straßen bis hin zu verschiedenen Restaurants. Es gibt Pfannkuchen, es gibt Reisgerichte, es gibt ganz viele Fleischgerichte, es gibt aber auch frisch gepresste Säfte. Überall sieht man die bunten Lichter von Chinatown und ich kann immer nur sagen, einmal muss man auf jeden Fall dort gewesen sein. Setzt euch in eins der unzähligen Restaurants, lasst euch was Leckeres zum Essen zubereiten und genießt einfach das bunte Treiben und lauft da einfach mal durch. Ich würde auf jeden Fall eine Stunde dort einplanen und gönnt euch am Ende in Chinatown auch nochmal so einen leckeren Rotin. Die Rotis werden ganz frisch zubereitet. Das sind Pfannkuchen, die nochmal so ein bisschen anders zubereitet werden, als ich sie aus Deutschland kenne. Und man kann sie lecker füllen lassen. Und das Gute ist, am Ende gibt es diese super leckere süße Milch auch nochmal obendrauf, die wirklich so lecker schmeckt. Also ich habe mir ein paar Mal in Thailand ein Roti gegönnt, weil ich sie einfach richtig gerne mag. Und natürlich auch mit dieser süßen Milch, das einfach echt lecker ist. Ich möchte euch unbedingt auch noch die Rambutri Road zeigen. Das ist die Parallelstraße von der Kaosan Road, die ich persönlich viel, viel cooler finde als die Kaosan Road selber. Dort findet ihr ganz viele verschiedene Bars, Restaurants, Streetfoodstände. Könnt euch dort massieren lassen. Könnt super leckere, ganz frische Früchte auch kaufen oder auch Fruchtsäfte. Und abends gibt es dort auch super belebte Bars, wo eben jetzt nicht so viel los ist wie auf der Kaosan Road. Man kann sich entspannt einen leckeren Cocktail gönnen und kann sich für knapp 350 Bad auch massieren lassen. Es gibt dort tolle Massagestudios und das war mein absolutes Lieblingsstudio, wo ich tatsächlich auch einige Male zu Besuch war. Ja, die Kaosan Road darf natürlich in einem Bangkok-Video nicht fehlen. Die Kaosan Road ist eines der beliebtesten und verrücktesten Orte, die ich je gesehen habe. Da läuft man entlang und sieht ganz viele partymütige Menschen, Bars, Streetfoodstände. Man kann dort aber auch Souvenirs kaufen und da ist wirklich die ganze Nacht was los. Also wenn ihr feiern wollt in Bangkok und uns auch ein bisschen verrückter und wilder mögt, dann seid ihr auf der Kaosan Road auf jeden Fall genau richtig. Ich hoffe, dass ein paar spannende Tipps bei euch dabei waren und dass ihr so richtig Bock habt, nach Bangkok zu fahren in diese pulsierende, verrückte und total aufregende Stadt. Mir hat es total Spaß gemacht und ich denke mal, man sollte auf jeden Fall auf jeder Thailand-Reise mindestens zwei Tage in Bangkok einplanen, wenn nicht sogar mehr. Und ja, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Denkt also unbedingt dran, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in einem meiner nächsten Videos wieder. Ja, und wenn ihr die Glocke auch noch aktiviert, werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ja, dann seid ihr auf jeden Fall immer up to date. Ich verabschiede mich aus diesem Video von euch und freue mich schon aufs nächste Mal mit euch.